Kaum ist die letzte Saison Geschichte, gibt es schon das erste Highlight der nächsten Spielzeit, auf das ihr euch freuen könnt. Der PIXUM Supercup 2017. Hochklassiger kann man ein Spiel kaum besetzen. Der deutsche Meister gegen den DHB-Pokalsieger, die Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel. Eine Partie der Extraklasse. Der erste Titel der Saison wird in der Porsche Arena Stuttgart vergeben und ihr könnt live dabei sein. Tickets für die Saisoneröffnung am 23. August gibt es im Ticketshop der DKB-Handball-Bundesliga unter der Handball-Ticket-Hotline 01806 601160 bei allen Vorverkaufsstellen von CTS Eventim und online auf eventim.de. Seid dabei und feiert den Start in die neue Spielzeit live in Stuttgart. Der PIXUM Supercup 2017 sichert euch jetzt eure Tickets.